34 Schülerinnen und Schüler aus Frankreich sind zurzeit am Max-Planck-Gymnasium in Demhorst zu Gast. Die Schüler kommen vom Collège-Henri-Vaillot-Méricourt und vom Lycée-Cordocée in Lens in Nordfrankreich. Das Maxe pflegt zu beiden Schulen seit knapp zwei Jahren eine Schulpartnerschaft. Die Jugendlichen werden am 24. März Demhorst wieder verlassen. Davor stehen Ausflüge nach Bremen, Bremerhaven und Hamburg an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017